Aktuelle Nachrichten! Anhänger des entehrten Lord Balen gehen auf die Straße! Zum Mulden steigt um Spurenlobbeldraht! Quatsch. Ich glaub die Halle der Bewahrung war ganz hinten, oder? Königlicher Palast. Kammer der Versammlung. La 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 la! Ich laufe! Halle der Bewahrung! Speicher nochmal vorher. Wer so viele Quests abgeben muss, sollte was tun. Hier, erstmal zu dir. Ich... ich war in Sorge. Ich wusste nicht, ob ihr überhaupt zurückkommen würdet. Habt ihr Unterlagen gefunden? Irgendeinen Hinweis auf den alten Ortenteig? Äh... ja, ich hab die Unterlagen dabei. Ihr habt sie gefunden? Lasst mal sehen. Das... das ist der Name meiner Urgroßmutter. Und ihr Mann. Oh, bei den Ahnen. Sie sind es. Ich bin es. Ich bin eine Ortin. Oh, danke. Ich muss sie sofort zur Versammlung bringen. Dort findet ihr mich. Sobald sie anerkannt sind, gebe ich euch alles, was ihr wollt. Ah, was muss ich denn noch hinterherlaufen? Kirst aktualisiert. So, mit dir haben wir auch gleich ein bisschen was zu klären. Beeindruckend, Wächter. König Heromons bevorstehende Krönung wurde in die Erinnerungen eingetragen. Gut. Kann ich euch noch bei etwas anderem behilflich sein? Äh... ich habe hier einen Abrieb, der euch vielleicht interessiert. Was ist das? Eine Liste von Namen? Die meisten dieser Clans gibt es gar nicht mehr. Ist das echt? Darauf könnt ihr euren herrigen Arsch verwetten. Das stammt immerhin von einer Tafel in Carradins Festung. Dann... sind sie wahr? Die Gerüchte über Carradins sogenannte Freiwillige? Erstaunlich. Ich würde gerne eine Kopie davon anfertigen. Die Halle der Bewahrung hat kaum Informationen über Carradins und seine Golems. Das ist ja gewaltig. Wächter, hoffentlich ist dieses Artefakt aus unseren Archiven als Belohnung ausreichend. Ich muss sofort die Halle der Bewahrer informieren. Yay. War hier nicht noch eine Quest? Warte mal. Eröffne Order. Ja, ja. Du hast die Bruststücke. Wenn ein Beweis für die Herkunft des Haussymboles der Totenkasse gefunden wird... Aha. Als eine Art, damit die Gültigkeit des Anschlusses geprüft werden kann, muss das Symbol in die Erinnerung der Halle der Bewahrung eingetragen werden. Was? Ich check die Quest nicht. Was soll ich machen? Soll ich jetzt einen Beweis finden? Wenn ein Beweis für die Herkunft des Haussymbols der Totenkasse... Ja, wissen wir schon. Kann ich euch noch bei etwas anderem behilflich sein? Fragt und ich werde nach bestem Wissen antworten. Ich hab keine Fragen mehr. Ach, verdammt. Äh, keine Ahnung. Ich kann euch so mittlerweile auch nicht mehr versprechen, dass ich alle Quests auch abschließen werde. Wenn ich sie nicht verstehe, dann... Gut, ich könnte nachlesen, aber da hab ich jetzt keine Lust drauf. Ich will auch ganz ehrlich nicht mehr unbedingt länger in Orsama bleiben, als ich muss. Kammer der Versammlung. Na gut. Auf zu Orta. Jo. Ich heiße Orta. Nach dem alten Haus Orten. Wir haben unseren Sitz zurück. Und es gibt Unterlagen darüber, welche Häuser dem Haus Orten noch Geld schulden. Eines Tages werde ich mich für eure Dienste angemessen bedanken können. Ja, ja. Das werde ich. Ganz sicher. Ich weiß nicht, ob es noch ein Vermögen gibt. Aber was ich auch bekomme, ihr könnt so viel davon haben, wie ihr wollt. Ich muss jemanden finden, der danach sucht. Am besten eine ganze Expedition. Wenn es den Teig noch gibt, gibt es auch noch mehr. Das Haus Orten wird eure Güte nicht vergessen. Klang das nicht ganz offiziell? Yay, Quest absolviert. Und Wind kann jetzt aufsteigen. Weiter. Kann nicht schaden. Wind ist jetzt Arcana Krieger? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Ist gerade mal ein paar Stunden her, aber was habe ich mir denn dabei gedacht? Veränderung. Uh, Erdbeben. Okay, das habe ich jetzt auch abgeschlossen. Zum Orten-Teig musste ich sowieso nochmal hingekannert sein. Äh, Orten-Teig, ja. Komme ich über die Map direkt hin? Ein kleiner Teil. Wieso nicht? Wahrscheinlich muss ich da hinten erstmal... Erstmal muss ich zurück. Weil da muss ich da lang, wo ich zu den tiefen Wegen gehe. Und dann können wir vielleicht hinlaufen. Wahrscheinlich muss ich dann noch 20 Millionen Mitglieder der dunklen Brut töten, weil... ...haben die ersten Millionen ja nicht gereicht. Nee. Sag an. Wusstet ihr schon? Herrimond ist übrigens König. Das ist jetzt voll überraschend. Für uns. Da, da, da. Die Konstitution erhöht die Gesundheit und die körperliche Widerstandskraft. So sieht's aus. Wieso? Wiedersehen, Jungs. War nett mit euch. Ja. Muss ich jetzt den ganzen Teig nochmal ablaufen? Das hätten die einem Rüchel sparen können. Der Orten-Teig. Ich hoffe wirklich, dass ich keiner weiteren dunklen Brut begegne und einfach nur laufen muss. Ah, Winn. Wie wär's mit einem Schlückchen von Organs Hausgebrautem. Der Nektar der Götter. Hm, Bier, oder? Nach dem Reinheitsgebot gebraut? Natürlich. Ich mag ja meist nicht beurteilen können, ob ein Bettlerarsch sauber ist oder nicht. Aber das gilt nicht für mein Bier. Also gut. Dann lasst mich mal probieren. Nun? Nun, was haltet ihr davon? Sehr lecker. Es schmeckt euch? Also ich hätte nie... Schöne Farbe. Fast wie Bernstein. Leicht nussig, zarte Süße, sogar etwas rauchig im Abgang. Und irgendein Gewürz. Ich komme gerade nicht drauf. Ja? Ja? Etwa Nelke? Nelke! Beim Stein. Ihr seid eine Dame nach meinem Geschmack. Wenn ihr nicht diese Rüstung anhättet, würde ich euch ums nächste Eck ziehen und... Na, ihr wisst schon. Kann ich noch einen Schluck haben? Ich bin erfreut. So. Jetzt können wir gehen. Können wir jetzt die Map benutzen? Na? Was wäre denn so schlimm daran gewesen, mich die verdammte Map benutzen zu lassen? Ihr Spießer. Was haben wir denn überhaupt bekommen? Das würde mich mal interessieren. Herrimons Stab? Hm. Denn? 4,8. Ihre Sommerpässe. Doch nicht. Ey, ich wollte wissen, was wir bekommen haben. Ah, die Ehre des Ober... Uuuuh. Langschwert, Haupthand. Uuuuh. Nein, ich bin zu schwach. Alistair hat aber jetzt schon 14, ne? 15. 15. Wisst ihr Bescheid. Na gut. Schade. Ich dachte, vielleicht. Aber nein. Es war mir nicht gegönnt. Gott sei Dank muss ich hier nicht nochmal alles wegklatschen. Und es war ja gleich um die Ecke. Also jetzt kann ich mich echt nicht beschweren. Haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, ach komm, da hat doch echt keiner Bock drauf. Jetzt nochmal den ganzen Teig da abzuklappern. Muss ja nicht so sein. Tududu. Magic. Ja. Okay. Kann ich... Ich kann tatsächlich jetzt Tagebuch aufmachen. In der Zeit. Ne, absolvierte Quest will ich nicht haben. Ungewöhnlich geht... Das ist draußen. Aber wo soll ich das finden? Wo habe ich die Quest überhaupt herbekommen? Mal ganz kurz gucken. Pflichtversäumnis. Kailahensee, Denerim und Frostgipfelgebirge. Das könnten wir auch nochmal machen. Das ist mit der... Das war woanders. Gefährten. Elis das Familie. Das ist in Denerim. Die Freunde der Roten Jenny. Ist auch. Zerge der Magie. Du hast ein Lehrbuch über Arcane-Beschwörungstheorien gefunden. Bei aktuellem Zustand der Bibliothek wäre es unkürt und gefährlich. Etwas derartiges zu versuchen. Toll. Die Gemeinschaft der Magier. Mörder deines Bruders. Ah, okay. Äh, wir müssen in den Wald. Zurück. Findet die drei Schüler und gib jedem einen... Die sind in Denerim. Zwei in Denerim. Der dritte beschafft etwas Seltenes aus Orsa. Wo soll ich in Orsama bitte Magier finden? Heißt das, ich muss jetzt durch die Gegend rennen und alle... Mann, no. Orsama ist ja auch nicht so schon groß genug. Orte der Macht. Finde und aktivierte vier mystische Orte der Macht. Sie liegen im Wald in den tiefen Wegen. Das heißt, in die tiefen Wege muss ich auch nochmal reingehen. Dem Herzen Denerims und nahe der... Im Turm des Zirkels. Okay. Im Namen der Gerechtigkeit. Du warst gebeten, Kommandant. Herr, im Namen der Gemeinschaft. Zehn Jury. Den ich auch noch nicht gefunden habe. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Vielleicht auch in Denerim könnte ich mir vorstellen. Beschaffe Zehn Jury im Turm und bringe sie zum Kommandant. In Redcliff. Der ist in Redcliff. Den haben wir auch gesucht und nicht gefunden. Die Schriftrollen. Finde fünf Schriftrollen von... Und bringe sie zur Gemeinschaft der Magier. Ob ich die finde, ist auch so eine Premium-Inhalt. Die Geschichte spinnt... Das habe ich doch schon gemacht. Okay. Die Verderbnis. Haben wir viele Hirken. Was ist das absolviert? Nee, aktuelle Quest. Korkari-Wildnis. Du hast die Schatulle gefunden, die in Rigby's Letztem Willen und Testament erwähnt wird. Bringe sie zu Jetta nach Redcliff. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal nach Redcliff. Weil wir die Hälfte irgendwie ausgelassen haben. So, das heißt, ich renne jetzt erstmal durch die tiefen Wege. Stand hier nicht irgendwo tiefe Wege. Das sind überall die tiefen Wege. Woher soll ich denn wissen, wo genau ich dafür hin soll? Das darf nicht wahr sein. Das war das Zirke der Magie, ne? Nee, nicht Zirke der Magie. Gemeinschaft der Magier. Und dann war das Orte der Macht. In den tiefen Wegen. Okay, ich werde jetzt folgendes tun. Weil ich nämlich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich suchen soll. Weil es mir während der Quest nicht aufgefallen ist. Werde ich jetzt die Freiheit nutzen, die ich jetzt habe mit meinem Tablet. Und werde suchen gehen. Und googeln. Das geht schneller, als würde ich jetzt die komplette Map absuchen. Oh, ich bin nicht die Einzige, die da noch geblüht hat. Ähm, da-dum-da-dum. Orte der Macht. Okay. Okay, wir müssen umdrehen und ein Tal finden im Ortenteig. Juhu. Immerhin wissen wir jetzt schon, wo genau wir hin müssen. Gut zu wissen, weil wir nämlich schon da waren. Ihr und Branka wart also wirklich verheiratet? Ich sag euch was, Junge. Wart ihr jemals verheiratet? Natürlich nicht. Ich wurde von der Kirche großgezogen. Dank dem härtesten Stein dafür, den ihr finden könnt. Die Ehe ist was für Trottel. Dann laufen also keine kleinen Orgrants in eurer Heimathöhle herum? Alles, was mir diese Mooslutscherin gebracht hat, waren Kopfschmerzen, ein taubes Ohr, ein zerkratzter Rücken und ein Hautausschlag, der erst nach drei Tinkturen wieder wegging. Sie hat euch doch verlassen, richtig? Und dennoch seid ihr jetzt auch ein Hüter. Aha. Lauf ich richtig? Sieht ganz einfach aus. Nahe eines Altars. Okay. Ich nehme mal stark an, dass das hier sein wird. Was ist bei den Zwergen Altar? Schaut mal. Ach, jetzt habe ich vergessen, die anderen Runen und sowas abzugeben. Hm. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich unterbreche hier nochmal. Was heißt unterbrechen? Ich beende hier jetzt die Aufnahme. Und dann mache ich mich mal ein bisschen schlau über die Questen, die ich nicht kapiert habe. Zu wenig Informationen für meine Wenigkeit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.